Tag auch, wir machen heute Rippfingers, also Rippchen mal anders und das Ganze in unter 3 Stunden. Am Anfang muss erstmal die Silberhaut runter und danach schneidet ihr sie am Knochen entlang in Streifen. Jetzt alles in eine Schüssel ballern und mit eurem Lieblingsgewürz würzen. Die Fingers haut ihr jetzt erstmal für circa eine Stunde bei 135 Grad in den Grill, Smoker oder Backofen. Danach wickelt ihr sie eng in Alufolie und wer mag, kann auch etwas Cola oder Apfelsaft hinzugeben. Die Päckchen haut ihr jetzt auch nochmal anderthalb Stunden bei 135 Grad in den Grill. Jetzt ballert ihr einen ordentlichen Schuss von eurer Lieblings-BBQ-Soße drüber, vermengt es gut und legt sie nochmal für circa 15 Minuten in den Grill, sodass die Soße ganz leicht klebrig wird. Jetzt sind die Teile fertig und Leute, ich sag euch, ein Träumchen! Hasta mal. Ich sage euch, ein Träumchen!